Ja, herzlich willkommen nochmal zu so einem kleinen Zwischenvideo, nicht gerade, mit Let's Plays and Games zu tun hat. Und zwar hat YTT vor kurzem die 1-Million-Abonnenten-Grenze geknackt und ist damit in Deutschland offiziell der erste Kanal, der 1-Million geknackt hat. Ich weiß, Konto ist noch davor, aber Konto ist ja Musiklabel und damit nicht sozusagen einzelne Personen. Ähm, YTT ist ja wirklich, ähm, jetzt seit, äh, seit Zeiten dran und hat's auch jetzt geschafft. Ähm, man sieht's, die haben auch schon, ähm, viele, viele Videos, 189 Videos, insgesamt hochgeladen und, ähm, ja, es ist soweit 300 Millionen Videotrufe und das war's.